Hallo und herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zehn Tipps und Tricks zeigen fürs Oppo A72. Diese Tipps und Tricks sind übrigens auch fürs A92, falls ihr eins habt. Dann lasst uns mal starten. Das erste was ich euch zeigen möchte, sind Gesten für das ausgeschaltete Display, also wenn wir das im Standby-Mode haben. Dann könnte ich zum Beispiel ein O zeichnen und wir werden sofort in der Kamera. Das spart halt wahnsinnig Zeit. Dann was ich auch noch habe, zum Beispiel ist auch vorher eingerichtet. Wenn ich jetzt hier ein M zeichne, habe ich mir selber ausgeknobelt, dann wäre ich sozusagen direkt in Google Maps zum Beispiel. Das kann man sich alles konfigurieren. Ich zeige euch mal, wie man das aktiviert entsprechend. Dafür geht ihr einfach hier runter, scrollt einfach runter und dann habt ihr hier die Möglichkeit, hier auf die Einstellung zu gehen über dieses Symbol. Dann müssen wir auf den Punkt Convenience Tool, dann auf Gesten und Bewegungen und hier der erste Punkt Standby Gesten. So, das ganze müsst ihr einschalten, wie jetzt bei mir hier und dann könnt ihr euch sozusagen aussuchen, zum einschalten, das Bildschirm, das Doppel-Tippen, hier das O zeichnen zum Beispiel für die Kamera, was ich aktiviert habe, das V zum Beispiel für die Taschenlampe und ihr könnt dann auch sozusagen das Ganze selber noch mal konfigurieren zu Gesten zum Beispiel, wenn man jetzt andere Buchstaben entsprechend hier aktiviert oder nach links den Bildschirm bewegt, welche Aktionen man dann auslösen möchte, zum Beispiel, dass man jemand anruft. Das kann man auch vorher einstellen oder wie gesagt, wie gerade hier gesehen, dass man eine App öffnet etc. Also richtig cool. So und das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist hier diese seitliche Leiste. Die ist auch ein bisschen versteckt, aber wenn ich die jetzt hier rausziehe, hat man auch coole Funktionen, wie zum Beispiel, man kann ein Screenshot machen, man hat einen Bildschirm-Rekorder, kommen wir nachher nochmal zu. Man kann sich ein Lieblings-Apps hier sozusagen reinnehmen, wie WhatsApp habe ich jetzt hier genommen. Wenn wir aufs Plus gehen zum Beispiel, können wir das noch weiter editieren hier, dass wir zum Beispiel hier, keine Ahnung, haben wir mal Gmail, das ist ja noch ein Beispiel jetzt hier, auch noch mit reinnehmen und so weiter und so fort. Man kann sich diese Leiste selber gestalten und ist richtig cool. Sowas hat man normalerweise nur bei Premium-Smartphones hier. Ja, den nächsten Punkt, den ich euch zeigen möchte, betrifft die Kamera. Ihr habt nämlich nur, wenn das nicht extra einstellt, nur 12 Megapixel, also nicht die 48 Megapixel, die in den Features stehen. Die müsst ihr noch aktivieren. Dafür geht ihr auf die drei Linien und hier kann man dann sozusagen die 48 Megapixel aktivieren. Die Kamera, die vorhin gestellt ist, die 12 Megapixel, sozusagen ein bisschen runterskaliert, dafür wirkt das Bild ein bisschen dynamischer und so weiter und so fort. Also ich würde euch tatsächlich empfehlen, auf den 12 Megapixeln zu bleiben. Allerdings, wenn ihr ein hochauflösendes Bild machen wollt, dann müsst ihr hier, wie eben gerade gesehen, die 48 Megapixel Kamera aktivieren. Ich nehme sie erst mal raus hier. Der nächste Modus, den ich euch zeigen möchte, ist der private Modus. Da könnt ihr zum Beispiel Bilder verstecken, Videos verstecken, Musik verstecken oder Dokumente verstecken, die jetzt kein anderer unbedingt sehen sollte, der jetzt auch Zugriff auf dieses Smartphone hat. Lasst mich mal zeigen, was es ist. Wir scrollen einfach mal runter hier. Dann haben wir das Symbol für die Einstellung. So, dann gehen wir auf den Punkt der Datenschutz. Hier in den Einstellungen, Datenschutz. Und dann gehen wir hier auf den Punkt Privat-Safe. So, wenn ihr es zum ersten Mal einrichtet und so weiter, müsst ihr euch ein Passwort generieren und so weiter. Ich habe das hier schon mal gemacht. Das ist jetzt bei mir ein ganz einfaches. Und wenn ihr das zum ersten Mal aktiviert, bekommt ihr entsprechend auch noch mal eine kurze Instruktion, wie man das entsprechend nachher wiederfindet etc. Und so weiter und so fort. Ja, man kann hier Fotos verstecken, wie ich jetzt hier zum Beispiel die beiden hier drin habe. Einfach als Beispiel mal dann Audio Dateien, Dokumente oder sonstiges noch. Ja, wenn ihr zum Beispiel Sachen hinzufügen wollt, geht er hier einfach aufs Plus und dann greift er auf die Galerie zu. Und dann kann man sich hier zum Beispiel noch Sachen auswählen, die dann hier auch Teil des ganzen Privatmodus werden. So, man kann in den Einstellungen vorher halt auch das Ganze so machen, dass man entsprechend so eine App hier auf den Homescreen hat oder dass man schnellen Zugriff hat darauf. Aber letztendlich, man kann es auch komplett verstecken. Also das heißt, man kann auch ohne diese App arbeiten und dann gibt es zwei Wege sozusagen in diesen Privatmodus zu kommen. Will ich euch jetzt mal zeigen. Eine davon ist hier zum Beispiel bei den Fotos. So, hier sieht man die erst mal gar nicht. Man kann auch gar nicht erahnen, dass es sowas gibt. Aber wenn ihr jetzt hier in dieser Leiste sozusagen länger drückt, zum Beispiel jetzt auf Alben länger drückt, dann habt ihr die Möglichkeit, in diesen Privatmodus zu kommen. Und wenn wir jetzt hier unser Passwort eingeben, sind wir auf diesem privaten Modus. So, es gibt noch einen zweiten Weg, in diesen Privatmodus zu kommen. Dafür gehen wir mal in die Apps. Dann brauchen wir hier den Dateimanager. Und ich denke, ihr ahnt das schon. Auch hier diese Leiste selber, wenn wir hier irgendein so wohl länger drücken, auch dann kommen wir sozusagen in den privaten Modus und haben entsprechend Zugriff hier auf unsere Dateien. Also richtig cool, richtig versteckt. Ja, und ihr könnt mit dem Telefon auch Apps klonen. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt da zwei Facebook Apps drauf haben, was euch natürlich dann ermöglicht, auch zwei Facebook Accounts gleichzeitig zu betreiben, ohne immer hin und her zu switchen. Selbiges gilt übrigens auch für WhatsApp. Ihr könnt zwei WhatsApp Accounts hier gleichzeitig betreiben. Bietet sich zum Beispiel an, weil das ist ja ein Dual-SIM-Handy. Sehr, sehr gut. Lass mich mal zeigen, wie man das Ganze aktiviert. Wir scrollen wieder runter hier, um in die Einstellungen zu kommen. Dann gehen wir hier weit nach unten und dann haben wir hier den Punkt App-Cloner. So, es geht nicht mit allen Apps, aber hier habt ihr die Liste sozusagen, mit welchen Apps es gehen würde. Es geht mit Facebook, Messenger und WhatsApp auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt hier einfach mal auf WhatsApp und aktivieren sozusagen den Klon-App hier. Ihr könnt dann auch die App nochmal gesondert umbinden, was ganz cool ist. Dann machen wir auch den Messenger einfach nochmal mit rein. Wie gesagt, Facebook und so weiter geht auch. Habe ich jetzt aber nicht drauf hier. So, jetzt habe ich beide Apps sozusagen aktiviert und jetzt gucken wir mal, wie sich das zeigt hier. Hier haben wir jetzt den Messenger zum Beispiel und hier ist der Messenger-Klon und ihr könnt das zum Beispiel auch direkt an der App sehen. Der hat dann entsprechend so ein anderes Symbol hier noch unten in der Ecke. Selbiges gilt für WhatsApp, der Haupt-WhatsApp-Account und der zweite WhatsApp-Account. Ja, wenn ihr das übrigens später nicht mehr braucht, dann haltet da einfach gedrückt hier auf die jeweilige App. Funktioniert übrigens prinzipiell, egal bei welcher App man geht, hier auf löschen und dann wäre entsprechend diese App weg. In dem Fall war es jetzt der Klon. Die Daten vom ersten Account bleiben übrigens immer erhalten natürlich. Die zweiten Daten gehen dann halt runter vom Telefon. Und wenn ihr das nicht gesichert habt, solltet ihr das vorher tun. Ansonsten sind die Daten weg. So, das nächste, was ich vorbereitet habe, man kann Bildschirmfotos machen und da gibt es ein paar Wege für. Das eine funktioniert mit den Tasten hier. Power-Taste und Laser-Taste gleichzeitig gedrückt. Ups, hat nicht geglaubt. Power-Taste und Laser-Taste gleichzeitig gedrückt. Und wir hätten dann hier einen Screenshot, wo man dann hier entsprechend gleich eine Vorschau bekommt. Und wenn man auf die Vorschau klickt, kann man das entsprechend editieren oder gleich verschicken und so weiter und so fort. Es gibt eine zweite Möglichkeit, haben wir schon gesehen, weil wir die Leiste hier rausziehen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, auf Screenshot zu klicken. Und haben wir dann Screenshot, wenn ich hier auf diese Vorschau klicke, wie gesagt, kann man das noch editieren. Zum Beispiel, man kann ein Teil ausschneiden hier vom Bild oder ein bisschen dran rummalen. Dann geht alles, dann kann ich es direkt teilen, meinen ausgeschnittenen Part oder eben, es wandert in die Galerie. So, und dann gibt es noch einen richtig dritten, coolen Punkt, um einen Screenshot zu machen. Der funktioniert nämlich mit drei Fingern, indem ich die einfach runterziehe hier und habe dann auch entsprechend hier meinen Screenshot gemacht. Und das Besondere bei dieser Drei-Fingern-Methode ist, dass wenn ich die jetzt zum Beispiel auflege aufs Telefon, erkennt er, dass ich was ausschneiden möchte und zieht mir entsprechend nur diesen Part als Screenshot. Danach, wenn ich möchte, kann ich die auch nochmal bearbeiten und so weiter und so fort und habe das dann entsprechend hier in meiner Galerie, wenn ich auf Speichern gehe. Und wenn ihr zum Beispiel auf einer Webseite seid, wir sind jetzt einfach mal hier auf der OPPO-Webseite und ihr ein Bildschirmfoto zum Beispiel macht, könnt ihr auch einen sogenannten Scrollshot machen. Also wenn ihr jetzt die Vorschau nach oben zieht einfach, dann würde sozusagen der Screenshot einfach ein bisschen länger gehen. Das ist sehr cool, wenn ihr mal eine ganze Webseite fotografieren wollt, ohne halt jede einzelne Seite mit einem Screenshot zu machen. Wenn ihr fertig seid, einfach rauftippen hier oder halt auf Fertigklicken geht entsprechend auch. Und dann haben wir quasi einen längeren Screenshot hier entsprechend. Und ihr könnt auch bewegte Bilder aufnehmen. Hier gibt es nämlich einen Screen-Rekorder mit drin. Also ihr seht schon, die Software ist richtig cool. Normalerweise bekommt man das eher bei teuren Smartphones nur. Ihr habt einen Bildschirm-Rekorder drin. Wenn ich jetzt mal runterscrolle, ein zweites Mal runterscrolle, haben wir gleich mehr Apps hier und zum Beispiel hier den Bildschirm-Rekorder. Wenn ich jetzt hier mich raufklicke, haben wir zum ersten Mal ein bisschen was hier zuzustimmen. Zuzulassen. Zuzulassen, alles okay, dass er jetzt Zugriff auf die Dateien haben kann. Und wir stimmen allem zu. Und dann haben wir dieses kleine Tool hier. Wenn wir jetzt hier auf die Rekord-Taste drücken, zeichnet er sozusagen unsere... Ich kann das auch hier ein bisschen rumziehen, wenn wir auf die Rekord-Taste drücken. Ich habe die immer nicht geklickt. So, jetzt läuft sozusagen unser Video und er nimmt jetzt alle Action auf, die wir hier sozusagen gerade machen. Wenn wir fertig sind, klicken wir einfach hier wieder rauf und klicken hier auf Stopp. Das ist jetzt direkt in der Galerie. Okay, ich ziehe dann nochmal kurz rein hier den Screen-Rekorder. Ihr habt nämlich hier darunter noch die Einstellung hier von dem Screen-Rekorder. Da könnt ihr zum Beispiel das Mikrofon mit aufzeichnen. Also wenn ihr quasi auch nebenbei reden wollt, wie ich jetzt hier und was zeigen wollt, habt ihr noch weitere Einstellungen. Zum Beispiel die Auflösung und so weiter kann man hier entsprechend noch einstellen. Und ja, also richtig cool. Findet ihr später übrigens auch eure Aufnahmen hier bei den Fotos bzw. Screenshots und so weiter auch. Jetzt sind wir hier noch im privaten Modus dran. Also hier haben wir zum Beispiel bei den Fotos die Screenshots als auch die Aufnahmen. Und wenn wir hier auf den Punkt Album gehen, haben wir sozusagen die Screenshots als eigenes Album. Genauso wie die Videos hier, die haben hier auch ein eigenes Album. Ja, den nächsten Punkt, den ich euch zeigen möchte, nehmen wir mal weg hier jetzt den Screen-Rekorder. Den nächsten Punkt, den ich euch zeigen möchte, ist ein Blaulichtfilter. Das ist sehr, sehr gut für die Augen. Die ermüden nämlich im Laufe der Zeit, wenn man sehr oft aufs Smartphone guckt. Und das ist halt dem Blaulicht geschuldet. Und man kann auch Probleme, auch wenn die auch müde sind, also angestrengt sind, kann man auch Probleme haben zu schlafen. Und da ist dieser Blaulichtfilter sehr, sehr gut. Deshalb sollte man überwiegend auch nachts halt anhaben. Ich zeige euch mal, wie ihr den bekommt. Einfach runterscrollen, nochmal runterscrollen. Und dann haben wir hier sozusagen den Punkt Augenkomfortmodus. Ist ein Blaulichtfilter. Wir klicken einfach mal rauf. Und ihr seht schon, der Bildschirm verfärbt sich ein bisschen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man das jetzt zum ersten Mal hat. Allerdings, man gewöhnt sich doch relativ schnell dran. In überraschender Weise. Und das schont wirklich auch die Augen. Und ich würde euch empfehlen, das nicht nur abends zu haben, sondern auch tagsüber. Weil das würde ich die Augen ein bisschen beruhigt und so weiter und so fort. So, das Ganze kann man übrigens auch ein bisschen editieren. Ich zeige euch mal, wie. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier in die Einstellung gehen. Ihr wisst ja schon, wie. Und dann auf den Punkt Display, dann, also Display und Helligkeit, dann haben wir hier den Augenkomfortmodus. Und wenn wir den jetzt mal anklicken, habt ihr halt die Möglichkeit, das Ganze auch noch ein bisschen wärmer zum Beispiel zu machen. Dann wird es noch intensiver. Je intensiver es ist, desto weniger Blaulicht kommt tatsächlich raus. Und man kann auch eine Start- und Endzeit definieren. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, tagsüber ist mir das doch ein bisschen zu komisch. Wie gesagt, ich würde euch das empfehlen, auch tagsüber zu haben. Aber wenn ihr sagt, tagsüber hätte ich lieber meinen normalen Bildschirm, ich nehme es lieber abends. Dann kann man hier auch das nur für eine bestimmte Zeit einstellen. Zum Beispiel eben abends. Also richtig cool. Und wenn ihr quasi viel lest, dann gibt es hier noch so einen Schwarz-Weiß-Modus, der euch auch hilft, gerade wenn man längere Texte und so weiter hat. Aber wenn ihr was lest, dann würde ich euch auch immer diesen Blaulichtfilter hier empfehlen, weil das halt die Augen nicht zu sehr anstrengt. Okay, ich mache den mal wieder aus. Für diejenigen, die sich noch nicht so dran gewöhnt haben, ist es dann einfacher. Ja, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist Google Lens. Google Lens ist sozusagen ein Erkennungsprogramm. Ich zeige euch mal, wie das geht hier. Einfach hier auf die Kamera klicken. Dann gehen wir auf den Punkt Mehr. Und dann brauchen wir hier den Punkt Google Lens. Wenn man das zum ersten Mal macht, müssen wir ein paar Sachen halt aktivieren, etc. Es ist halt ein System, was da Dinge erkennt und dann entsprechend Angebote macht, etc. Funktioniert noch nicht so gut, aber was echt geil ist, sind die Übersetzungen. Also wenn wir hier mal auf das Übersetzungstool gehen, hier ganz an der Seite, dann ist das eine Live-Übersetzung. Ich habe jetzt ein deutsches Buch und kann mir sozusagen den Text hier live auf Englisch übersetzen lassen. Ist auch so eingestellt, dass er die Sprache selber erkennt. Und da macht das auch schon. Und da richtig cool, zum Beispiel im Urlaub und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier nur ein deutsches Buch. Es geht natürlich auch andersrum, von Englisch auf Deutsch. Wenn ich jetzt sozusagen hier auf das Übersetzungstool klicke, kann man den Text direkt kopieren. Macht sich sehr, sehr gut fürs Studium und so weiter und so fort. Oder direkt im Übersetzer öffnen und so weiter und so fort. Also ihr braucht nur eine Internetverbindung dafür, weil es halt über den Google Translator geht. Oder ihr habt die Sprache vielleicht vorher schon runtergeladen. Ein richtig cooles Tool für den Urlaub, für das Studium und so weiter und so fort. Finde ich stark. So, dann sind wir schon am Ende. Wir haben jetzt den letzten Tipp hier. Der ist sozusagen ein Relax-Modus. Und da merkt man, dass es so ein bisschen asiatisches Telefon ist. Letztendlich dort ist es halt so, dass die Leute halt nur am Smartphone hängen und so weiter und so fort. Und es gibt einen Relax-Modus halt eben mit dem Smartphone. Ich zeige euch mal, was ich meine. Einfach zieht einfach die Leiste runter, nochmal runterziehen. Und dann gibt es sozusagen hier den Punkt Modi. Klicken wir mal an. So, und hier gibt es diesen Punkt Standard-Modus. Da sind wir jetzt gerade drin. Und Fokus-Modus. So, wenn wir den anklicken, müssen wir ein bisschen was zustimmen hier. Und so weiter und so fort. So, jetzt kann man eine Zeit eingeben, sozusagen wie lange wir diesen Fokus-Modus haben wollen. Bleiben wir mal bei den fünf Minuten hier. Und man kann jetzt sozusagen einstellen, was man halt hier haben möchte. Umgebungsgeräusche. Dann halt haben wir hier Meeresrauschen und so weiter und so fort. Machen wir einfach mal. Geh einfach mal auf Start. So, jetzt hört man erstmal gar nichts hier. Aber man kann auch einen anderen Sound zum Beispiel machen. Zum Beispiel Weizenfelder. Oh, ich habe das hier auf leise. So muss man mal laut machen. Was man als Hintergrund entsprechend hat. Ein bisschen mit Musik. Dann haben wir Meeresrauschen hier. Einfach ein bisschen zum Spannen. Und man macht das halt hier mit dem Smartphone, was irgendwie eine verrückte Idee ist. Aber einfach um ein bisschen in den Alltag rauszukommen. Man muss ja nicht auf sein Smartphone gucken die ganze Zeit. Einfach nur mal die Augen ein bisschen zumachen. Ein bisschen entspannen. Eben so in so einem Sommernachtsmodus. Ein bisschen Grünsirpen und so weiter und so fort. Also es hat was. Es ist mal was anderes. Und es ist vielleicht ein Punkt, wo man ein bisschen runterkommt. Wenn man jetzt vielleicht keinen Lautsprecher hat. Man ist in einer lauten Umgebung oder irgendwie so. Und dann setzt man sich auf der Kopfhörer auf. Relaxen ein bisschen. Also wirklich in relaxed Modi. Und wenn das beenden wollt, einfach beenden gehen. Ansonsten läuft das hier fünf Minuten durch. Oder halt eben länger, wenn ihr es vorher so eingestellt habt. Und ja, einfach mal probieren. Gar nicht so schlecht. Oh, jetzt ist mir was runtergefallen hier. Das war die Mikrofontechnik, die gerade runtergefallen ist hier. Aber ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich würde mich gerne bedanken bei euch, dass ihr halt jetzt bis zum Ende durchgehalten habt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn ihr möchtet, ihr könnt mir gerne einen netten Kommentar da lassen. Oder vielleicht auch einen Daumen nach oben. Das würde meinen Videos sehr helfen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich habe noch ein paar andere Videos vorbereitet. Wenn es euch dann gefallen hat. Beziehungsweise könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich echt freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.